Es sieht so aus, als hätten sich verschiedene rechte Figuren in Deutschland richtig in die Falle locken lassen. Das Bild, das sich dadurch der breiten Öffentlichkeit zeichnet, enthält so ziemlich jedes Klischee, das wir kennen. Es sind genau die Fehler passiert, von denen wir jahrelang gewarnt hatten. Sie finden unter shop.recenter.com unsere Masterclass Denke wir in Geheimdienstler und das neue Handbuch der legitimen Macht. Abonnieren Sie diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wenn große deutsche Parteien vor Jahren bereits in groben Zügen ihre Agenda ankündigten, muss man damit rechnen, dass britische und amerikanische Geheimdienste Operationen planten, um das rechte Lager zu diskreditieren, damit jenes nicht stärker profitieren kann von der Empörung in der Bevölkerung, über die Politik. Natürlich ist alles sehr global in der heutigen Zeit, also werden auch solche Pläne global geschmiedet, Operationen global geplant. Als die RAF noch existierte, war das linke Lager trotz interner Abgrenzungen wie ein Brei. Jeder von Format hatte irgendwie miteinander zu tun. Gemäß der ideologischen DNA fürchteten alle die große rechte Weltverschwörung und deren totale Übernahme der Welt. Ganz große Hoffnungen setzte man auf Sowjetrussland. Das bedeutete für die Linken natürlich Sippenhaft und den permanenten Verdacht auf revolutionären Terror, Spionage und Landesverrat. Heute ist das rechte Lager wie ein Brei. Kann oder will nicht differenzieren, jeder redet mit jedem. Russland ist die große Hoffnung und nun sitzen auch noch dutzende Personen in Haft, die mit Prinz Reus einen gewaltsamen Umsturz geplant haben sollen. Es gab im Dezember 2022 bei Markus Krall, Unternehmensberater, Autor und Influencer, eine Hausdurchsuchung wegen angeblicher Kontakte zu den Verschwörern. Krall hat womöglich den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zum Anwalt, der seit einer Weile zu Einfluss gelangt ist, in der rechten Szene. Maaßens Werteunion war voll mit Leuten, die einen Bezug zum Adel- und angloamerikanischen Netzwerken haben. Sie finden die entsprechenden Berichte auf recenter.com, geben Sie einfach in das Suchfeld die Begriffe ein. Ob Maaßen so richtig versteht, mit wem er da alles so zu tun hat, was da irgendwelche anderen Netzwerke wirklich wollen, ich bezweifle es. Ich schätze mal, wenn da irgendwelche Amerikaner mit ihm Kontakt hatten oder irgendwelche Briten mit ihm Kontakt hatten, dann vertraut er diesen Leuten. Also vor allem, wenn die scheinbar Übereinstimmung zeigen auf der ideologischen Ebene. Massens frühere Arbeitgeber, der Verfassungsschutz, geht zurück auf den britischen Geheimdienst MI6 und den Adel. Krall wurde dann Chef des Degussa-Goldhandels von August von Fink, der schon heikle Parteispenden an die CSU und FDP getätigt hatte. Er wurde vermutet als Gönner hinter der AfD und sein Großvater bekam einst seinen Adelstitel und eine Bankerkarriere von adeligen Linien, die mit Großbritannien zusammenhängen. Der politisch links stehende ZDF-Moderator Böhmermann ließ Krall Fragen zukommen. Also wurde gefragt, welche Gründe wurden ihnen Ende 2022 von der Degussa-Goldhandel GmbH für ihre Freistellung genannt? Also es fällt ja zeitlich in etwa zusammen mit diesen Razzien. Dann, sie standen in Kontakt mit Heinrich Prinz Reus, anderen Mitgliedern seiner Reichsbürgergruppe. Dazu folgende Fragen. Wie haben sie Prinz Reus kennengelernt? Wie stehen sie dazu, dass sie im mutmaßlich geplanten Schattenkabinett die Rolle des Wirtschafts- und Finanzministers einnehmen sollten? Was konkret meinten sie, als sie Heinrich Prinz Reus schrieben, er habe alles Nötige getan, damit das heilige Deutschland wieder Struktur annehmen kann? Wann haben sie das letzte Mal Kontakt zu Heinrich Prinz Reus? Wenn sie keinen Kontakt mehr haben, warum? Wer hat den Kontakt beendet? Wann? Woher und seit wann kennen sie Hans-Georg Maaßen? Aus welchen Gründen haben sie Hans-Georg Maaßen nach der Hausdurchsuchung im Dezember 2022 angerufen? Lassen sie sich von Hans-Georg Maaßen anwaltig vertreten. Also relativ gewöhnliche Fragen. Wie bereits erwähnt, die Freistellung Kralz bei Degussa fällt zeitlich in etwa zusammen mit der Großrazzia gegen die Reichsbürger. Prinz Reus entstammt einer sehr alten, adeligen Linie mit Bezug zu Großbritannien. Auch dazu finden sie die Details auf recenter.com. Die Regierungsbehörden werden Krall wohl auch fragen, seit wann er den Prinzen kennt und so weiter und so weiter. Also das sind so Fragen, die auch von anderer Seite gestellt werden, könnte ich mir vorstellen. In den alten RAF-Tagen hatte jeder mit jedem von Belang irgendeine Art von Kontakt im linken Lager. Daraus ergab sich eine Art Zippenhaft, die teilweise vom deutschen Terrorismusrecht gestützt ist. Am meisten musste Maaßen dieses Terrorrecht kennen, da er vom Fach ist. Zusätzlich sollte jeder wissen, dass die Amerikaner und Briten alle Daten abgreifen und Teile davon mit den deutschen Behörden teilen. Wenn man sich mit einem verschrobenen Prinzen und oder typischen Szenegängern abgibt, muss man darauf vertrauen, dass jene nichts Dummes anstellen, ihre Informationen geheim halten können. Keine App und kein Gerät bieten wirklich Schutz. Niemand von diesen Leuten kann jemand anderen aus der Szene wirklich genau einschätzen. Krall jammerte in seinen Büchern über die zunehmende Regulierung, Überwachung, wirtschaftliche Schwächen. Gemeint waren natürlich der Westen, nicht Russland. Denn Russland wird ja schließlich am Ende dieser Bücher von Krall als große Hoffnung und Lösung für uns präsentiert. Würde er die wirtschaftliche Misere von Russland und den umliegenden Staaten erklären, fiel sein Argumentationskonstrukt in sich zusammen. Ja, auch wenn man jetzt dann irgendwie denkt, ja, Hauptsache AfD wählen, dann wird alles gut. Wie stark ist die AfD schon infiltriert von nationalen und internationalen Geheimdiensten? Ja, und wenn halt eben dann der Infiltrationsgrad zu hoch ist, ja, dann werden da diese großen Träume der Leute natürlich nicht erfüllt werden. Das heißt, die Aufgabe ist viel viel größer, als viele sich das vorstellen. Situation ist noch viel, viel schwieriger, als viele sich das vorstellen. Ja, und wenn man eben nicht mehr einfach als Lösung anbieten kann, die Russen und die AfD, wenn man nicht mehr zu bieten hat, ja, und das fällt so in sich zusammen, dann ist da nichts mehr übrig. Über China war Krall sehr leise und erwähnte das Land nur ab und an in einem negativen Kontext, weil es sozialistisch ist, aber die AfD will inzwischen immer stärker den Kontakt zu den Chinesen. Und das ist ja inzwischen ein Package-Deal, also du kriegst ja die Russen nicht wirklich ohne die Chinesen und die Nordkoreaner. Ich empfehle Ihnen das Video AfD in Chinatown. Krall schafft es nicht, das Spiel der Supermächte zu verstehen, insbesondere wie sich Russland und die USA seit 100 Jahren gegenseitig die Bälle zuwerfen, um mit dieser kontrollierten Strategie der Spannung bequem zu herrschen. Bei Russland gibt er unumwunden zu, dass das Reich sich fast alle ehemaligen Sowjetstaaten wieder einverleibt hat, aber dann kommt ein bizarres Argument, das man schon so oft von organisierten Pseudo-Libertären gehört hat. Es heißt, Wladimir Putin, der Mann, den die europäische Linke und ein paar ewige kalte Krieger zu hassen lieben, hat seinem Land mehr marktliberale Reformen gebracht, als ihm irgendjemand in der westlichen politischen Elite zugestehen will. Aha. Warum wohnt eigentlich keiner von diesen Schwaflern dann in Russland? Also viele würden ja alles für Russland machen, außer dort wohnen. Alleine das Framing ist schon unfug. Wichtige Linke machen heute ebenfalls Propaganda im Sinne Moskaus, pflegen alte Beziehungen zu Moskau weiter. Die übelsten amerikanischen Republicans während der Bush-Administration stiegen nach 9-11 mit Putin ins Bett. Van Rompuy, also EU und Bilderberg, wollte eine starke Annäherung der EU an Russland. Kanzler Schröder ist der enge Freund von Putin. Und dann haben wir noch die ganzen katholischen Netzwerke, die dann auch lange Zeit hier einstanden für eine Annäherung der EU an Russland. Also das Argument, ja, Russland stamme ja ab von, also das russische Empire stamme ja ab von Ostrom. Ja, wir gehen zurück auf Westrom. Also warum klatscht man das alles nicht mal wieder zusammen? Gab kürzlich auch einen Skandal hier mit dem Papst, wie er sich da jetzt geäußert hat. Dazu gleich mehr. Für Krall ist Putin irgendwie der Gute, der von bösen westlichen Eliten dafür gehasst wird, weil er der liberal-konservative Held sei. Also wer auf solche Argumentationslinien einsteigt, der kann eigentlich nur verlieren. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, man muss hier ein bisschen tricksen und bla bla bla. Nee, man verliert mit sowas. Verliert. Ja, aus, kaputt, Ende, tot. Das heißt, ich vermute mal, dass halt vor allem die Anglo-Netzwerke, dass die halt frühzeitig schon vor Jahren halt eben Operationen geplant hatten, um das rechte Lager halt zu diskreditieren. Die Leute im rechten Lager sind da anscheinend total drauf reingefallen. Ja, das heißt, wir haben ewig davor gewarnt, macht nicht dies, tut nicht jenes. Aber jeder elementare Fehler wurde da gemacht. Und jetzt wird dann so im Laufe der nächsten Monate und Jahre wird so die Ernte eingefahren werden von diesen ganzen Operationen anscheinend, das heißt die ganzen großen Gerichtsprozesse und so. Und kein Gemaule und Genöle der Welt auf Social Media wird dann irgendwas an dem Ergebnis ändern. Die Mafia-Planwirtschaft von ehemaligen kommunistischen KGB-Bratzen in Russland ist wie eine behinderte Kopie westlicher Strukturen, das sollte man auch wissen. Die russische Zentralbank mache laut Krall Geldpolitik nach monetaristischen Grundsätzen. Habe aber das Berkeley Journal of International Law, berichtete bereits 1996 über das mächtige russische Geldinstitut Sperbank, das sich zu über 50% im Besitz der staatlichen Zentralbank befindet. Die Identität der restlichen Anteilseigner war unklar, es ergaben sich größte Bedenken hinsichtlich einer Monopolstellung. Die Sperbank kann extrem Risiken eingehen, wird als Besitzestaates von einem und demselben Staat reguliert. Großteil der Privatkunden besteht aus Rentnern und Arbeitern, denen die nötige Bildung fehlt, um misstrauisch genug zu sein. Im Endeffekt ist also die Sperbank genauso wie die zweitgrößte Bank des Landes, die zu 60,9% im Staatsbesitz befindliche VTB, noch viel skandalöser als die amerikanischen Institute wie Goldman Sachs oder das von JP Morgan übernommene Bear Stearns und so weiter. Es ist zum Schieflachen, wie die Putin-Propagandisten den lieben langen Tag über too-big-to-fail-Banken im Westen schimpfen, die mit Bailouts auf Steuerzahlerkosten gerettet werden und der Zentralbank zu nahe stehen, aber gleichzeitig ignorieren, dass in Russland nicht einmal wirklich vertuscht wird, dass die zwei mit Abstand größten Banken des Landes nur Anhängsel der Zentralbank sind und ein und derselben Clique an Milliardärinnen und Insidern gehören, die sich selbst nach Belieben regulieren und das Risiko auf die Kunden bzw. Steuerzahler abwälzen. Also solange irgend so ein Regime ideologisch so ein bisschen angepinselt ist, dann freut sich so die Zielgruppe. Das war bei dem Kommunismus der Fall, das ist jetzt halt anderweitig der Fall. Es ist immer nur ein lausiges Regime nach römischer Machart. Man pinselt das ein bisschen ideologisch an, aber die Zielgruppe glaubt dann, sie käme damit der Erfüllung ihrer Träume näher. Also wenn wir auf diesem Kinderniveau weiterhin agieren, geht wirklich alles vor die Hunde und dieser ganze dämliche Aktivismus bringt uns immer weiter in den Untergang und diese Emotionalität, die da noch mit reingeht und so. Das heißt, du kannst mit Emotionen nicht verschleiern, wenn Leute da Anfängerfehler machen am laufenden Band. Also jemand, der sich da groß empört und welche Werte er vertritt und so ist alles Käse. Es kommt darauf an, wie gut bist du im geheimdienstlichen Bereich, im Verständnis, wie stark verstehst du die Imperien und hast du ein Konzept, wie ein Kartell der Supermächte funktionieren kann. Putin, so Krall, könne seine Verbündeten schützen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen, international. Ach ja, schöne Grüße nach Venezuela und Iran. Dann heißt es hier in so einem Krallbuch, unter Präsident Putin ist Russland definitiv nicht der Schurkenstaat geworden, als den in die Koalition kalter Krieger mit einer 1980er Jahre Nostalgie und die neuen linken Kriegstreiber, die Russlands neuen, eher konservativen Wertekanon und die erneuerte jahrhundertealte Allianz von orthodoxer Kirche und Staat Hassen darstellen. Dieses Zitat ist nicht gut gealtert. Man kann die Realität auch nicht wegschwurbeln mit dem Gejammer über die Vorgeschichte des Krieges gegen die Ukraine. Ist den pro-russischen Figuren nicht aufgefallen, dass die Russen keine großen Enthüllungen geliefert haben und seit Jahrzehnten nichts liefern gegen den Westen? Also ob jetzt 9-11 oder sonst irgendwas, man kriegt nie gute, krasse Geheimnisse enthüllt hier durch die Russen. Die liefern nichts. Trotzdem dackeln da Leute wie Lemminge da hinterher den Russen und meinen, das ist ihr großes Heil. Was bitte versteht Krall überhaupt von der Jahrhunderte alten Allianz zwischen russischem Zarenstaat und Kirche? Die Zaren waren bitterböse Despoten aus den Linien Welfen, Betin und Reginare, die die Kirche benutzten, um den Bauernsklaven einzureden. Nach ihrem Ableben warte das Paradies auf sie. Wir hatten letztens auch mal einen Beitrag hier zu Höcke, wie er dann irgendwie Bezug nahm auf eine alte Rede im Bundestag von Vladimir Putin. Wenn man da genau hinschaut, dann lobhudelt Putin da halt lobhudelt Putin historischen Figuren. Das heißt, oberflächlich betrachtet, russische Zaren zum Beispiel. Die russische Zaren, die eigentlich Deutsche sind, aber diese Familien, diese Adelslinien, das ist ja ein und derselbe Cluster wie der britische Thron, also das britische Kolonialreich, also wieder die Bezugnahme zu den Anglos. Und es gab ja die Situation, das erklärt ja auch hier Professor Clark von Cambridge recht schön, hier in seinem Buch Die Schlafwandler. Also Cambridge Professor erklärt halt eben dann, wie sich damals eine Allianz formte. Also die Franzosen, die Briten und die Russen. Vor allem die Russen mussten ja dann finanziert werden gegen die Deutschen. Also entweder führte Russland Krieg gegen uns Deutsche oder bereitete den nächsten Krieg vor. Da nützten alle sich irgendwelchen ethnischen Argumente nix oder irgendwelche dümmlichen historischen Argumente nützten da gar nix. Das heißt, vor allem wenn dann Britannien und Russland sich da zusammen taten, ist halt super, super heikel. Ja und deswegen sollte man nicht leichtfertig solche Argumente verwenden. Ah, ist ja alles so konservativ und die Kirche und die Zaren in Hessen-Darmstadt in Schleswig-Holstein. Ja, ist das brandgefährlicher Unfug. Dann heißt es hier, zudem hat das Land ein klares und berechtigtes Interesse, die mindestens 25 Millionen ethnischen Russen zu schützen, die sich nach der Zerschlagung der Sowjetunion plötzlich als Minderheit in einem halben Dutzend Länder wiedergefunden haben. Näher nach der Logik könnten die Russen ja in Ostdeutschland einfallen, um Leute zu retten in Anführungszeichen mit russisch-slawischem Hintergrund. In Kralls positiver Zukunftsvision, wo Marktliberale und Konservative das Land retten und Deutschland aus EU und Euro aussteigt, finden wir den folgenden Punkt. Das heißt, die neue deutsche Regierung hebt alle Sanktionen gegen Russland auf. Daher wieder also der Wind. Und ich hatte schon vor Jahren gesagt, die Zukunft kann auch ganz anders verlaufen. Ja, ich habe dann hier so ein Zukunftsszenario präsentiert, ein wesentlich realistischeres und manche Punkte davon sind natürlich schon wahr geworden. Also ich habe dann, ich hatte da, ich hatte da folgendes geschrieben. Deutsche und ausländische Geheimdienste haben längst die AfD und das gesamte rechte Spektrum völlig infiltriert, leiten den Unterstützer aus Glatteis. 80 Prozent der Deutschen lehnen die Partei ab. Der neue Parteichef Höcke bringt wegen seiner Skandalhaftigkeit immer mehr Aufwind für die Kommunisten und Mainstream. Das rechte Lager wird zunehmend verzweifelt und panisch. Manche probieren es mit Terror und wollen die schnelle Revolution mit Hilfe Russlands. Mehrere Rädelsführer werden verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt, wegen Landesverrat, Hochverrat und Vorbereitungen eines Angriffskrieges. Der Osten steht vor der Pleite und dem Kollaps. Die Ostmächte beginnen Eroberungen, also auch China, Nordkorea. Im Westen wird Russland-Propaganda unter Strafe gestellt. Alles, was darunter fällt, wird gelöscht. Russen-Hosting bringt auch nichts mehr, weil das weltweite Netz von Russland getrennt ist. Manche führenden Propagandisten sind rechtzeitig in den Osten geflüchtet, müssen nun zum ersten Mal wirklich im Ostblock leben, in ihrem Paradies. Der Westen erlebt dann einen Boom in der Rüstung und halt Wirtschaftsausschwung. Es folgt ein jahrzehntelanger kalter Krieg oder was krasseres. Dann hatten wir jetzt diesen Aiwanger-Skandal. Ja, da haben wir auch darüber berichtet hier auf recenter.com. Das passt ja auch alles so schön mit rein. Also ist jetzt unklar, wer schon wie früh gewusst hatte von dem, was Hubert Aiwanger damals so getrieben hat als Gymnasiast. Also wir reden hier vom Höhepunkt des Kalten Krieges. Und wir reden hier von Gymnasiasten, die fast schon hier fertig sind mit der Schule. Also jetzt nicht von irgendwelchen total bescheuerten Leuten aus irgendwelchen total zerrütteten Verhältnissen, die jetzt einfach auf eine Polizei aufgesprungen sind. Also wer wusste, wie früh was genau da mit Aiwanger los war und wer hat da noch irgendwelche Beweise in der Schublade und so? Hat man das jetzt einfach nur eine Weile laufen lassen und wie viel kommt jetzt da noch raus? Ja, also das sind auch wieder so Sachen, ja, das spielt dann so mit rein in die größere Strategie vielleicht hier von den Anglo-Geheimdiensten, ja, dass man halt einfach dann das rechte Lager damit diskreditiert. Ja, man kann jetzt nicht die ganze Schuld nur abladen auf jetzt irgendwelche Anglo-Geheimdienste, sondern es ist halt eben diese deutschen Personen, viele Leute da draußen machen halt in Serie die bösesten, größten Fehler, vor allem auch Anfängerfehler und das geht einfach so nicht weiter. Also laut der einen Darstellung war Hubert Aiwanger ein Komplett-Clown, der mit Hitlerbart und entsprechende Frisur da irgendwie jeden Tag zur Schule gegangen wäre, mein Kampf in der Gegend herumwedelte und zehn weitere Sachen, ja, und sich dann flugs vor der Uni darauf besann, dass das nichts werden wird und prompt von einer CSU-Stiftung gefördert wurde. Nach der anderen Darstellung war er vollkommen harmlos. Sein Bruder verteilte ein groteskes Flugblatt und ein SPD-Lehrer brachte einen Stein ins Rollen, wo aufhin über 30 Jahre später die Frage aufkam, ob Aiwanger halt eben ein Keller-Nazi und Hobby-Hitler war oder noch ist, ja, das ist jetzt so diese Diskussion hier auf Social Media und generell in der Bevölkerung. Und jetzt werden dann Zeugen aufgeboten, das heißt irgendwie Apollo-News, die haben dann Zeugen gefunden, die dann jetzt Aiwanger total entlasten, dann werden immer neue Zeugen präsentiert, hier von den damals, hier von den Linken, mit denen wird halt Aiwanger belastet, also es ist ein Schmierentheater. Und prinzipiell, die Sache mit Hobby-Hitlern und Keller-Nazis ist die, dass man heute nicht das Vorgehen der NSDAP abkopieren kann. Also das schnallen die Fanatiker nicht, weil sie nicht einmal die Geschichte ihrer eigenen Polizsekte wirklich kennen. Bevor heute irgendein Depp mit schlechter Frisur die Macht ergreift, würde er ein Ende finden, wie hunderte Gegner Putins oder mehrere ausländische Mächte würden in Deutschland eingreifen. Es ist also nicht so, wie es kommunistisch gesinnte Sektiere sich vorstellen, dass überall neue Hitlers herumlaufen würden, wenn nicht Kommunisten antifaschistische Aktionen machen. Ja, ähm, einer der Hauptgründe, warum Neonazis überhaupt noch existieren, sind linke Fanatiker, die alles zerstören. Fast kein Mensch hat wirklich Bock, alles zu riskieren für hochtrabende Umsturzpläne. Die eigentliche Gefahr, die droht von heimlichen Nazis, ist, dass Geheimdienste solche Leute schnell identifizieren und dann rekrutieren. Ja, also es ist die große Gefahr, ist jetzt nicht irgendwie die krasse Machtergreifung und so, sondern eher, dass halt solche Leute kontrolliert und benutzt werden. Wenn irgendwelche Ultrarechten hier irgendwas Größeres reißen in den nächsten Jahren, dann ist das halt so auch beabsichtigt in irgendeiner Form von gerade den Anglo-Amerikanern. Das heißt, die lassen so eine Sache dann vielleicht aufblasen, um es dann alles kaputt zu hauen und dann ist halt für die nächsten 20, 30 Jahre lang Ruhe. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass etabliertere, ältere Seilschaften, Verbindungen, Burschenschaften und so weiter von ihren ausgewählten neuen Mitgliedern ideologische Bekundungen verlangen, mit denen man sie ewig erpressen kann. Ja, also willst du in die Studentenverbindung eine große Karriere machen oder willst du 0815 Student sein und dein späteres Leben hassen? Ja, und viele entscheiden sich halt dann eben dann hier irgendwelche komischen Loyalitätsbekundungen zu machen vor laufender Kamera. Also muss man sich fragen, wie viele von den prominenten Figuren, die nun Aiwanger verteidigen und verurteilen, sind Informanten des Verfassungsschutzes oder MI6 und hatten sich früher selber verheddert mit ihrem Radikalismus? Ja, wie viele linke und grüne Figuren waren früher bekanntermaßen Anhänger von Mao, Lenin, Stalin und der DDR-Führung? Wie viele trugen deren Bücher mit sich herum, übten vor dem Spiegel, reden zu führen wie ein Diktator? Wie viele hatten Kontakte zur RAF und boten Tarnadressen, Fahrzeuge und so weiter? Machen wir doch richtig Spionage ab, wer und sortieren alle Keller-Nazis aus, alle Hardcore-Kommunisten, Russen-Stusser und Agenten der Amerikaner und Briten? Was sich häufig auch überschneidet. Ja, wie ist das eigentlich, wenn Sozialdemokraten und Grüne vor wenigen Jahrzehnten noch Mao huldigten, trotz 45 Millionen Toten in ein paar Jahren durch dessen Politik? Und wenn Linke alles Nicht-Kommunistische in eine einzige Sammelkategorie eintüten, also Rechts- und Nazi-Faschismus, dann landen die Linken aber selber in einer Sammelkategorie zusammen mit Mao und Stalin. Also wenn alles auf der einen Seite auch so als Einheitssoße betrachtet wird, dann wird halt alles auf der anderen Seite eben dann auch als Einheitssoße hier betrachtet. Und dann brauchen sie auch die Linken nicht wundern, also der übliche linke Aktivist und so, wo sie nicht wundern, wenn er dann in einer Kategorie geführt wird, zusammen mit Mao und Stalin. Und dann hatten wir noch das. Papst Franziskus lobte in seiner jüngsten Stellungnahme ausgerechnet die russischen Kaiser des 18. Jahrhunderts, die Präsident Wladimir Putin als Vorbilder für seine territorialen Annexionen in der Ukraine herangezogen hatte. Also vor ein paar Tagen forderte Papst Franziskus in der Videoansprache vor einer Versammlung russisch-katholischer Jugendlicher in St. Petersburg diese auf, dem Weg von Peter dem Großen und Katharina der Großen zu folgen, die er als Herrscher eines großen aufgeklärten Reiches mit großer Kultur bezeichnete, mit großer Menschlichkeit. Okay, die Kommentare, die am Ende der Rede des Papstes kamen, waren nicht in der offiziellen Abschrift des Vatikans enthalten, sondern wurden von der katholischen Diözese Moskau und später in einem Video des sibirischen katholischen Fernsehens veröffentlicht. Zur Rechtfertigung der Invasion der Ukraine hatte Putin Zar Peter angeführt, der das russische Territorium erweitert und die ukrainische Autonomie eingeschränkt hat. Putin hat für die von Russland besetzte Südukraine den Begriff Novorossia oder Neues Russland verwendet, ein Begriff, der auf die russische Eroberung der Südukraine und zur Katharina im Jahr 1764 zurückgeht. Während der Unterdrückung der Jesuiten durch Rom im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert beherbergte Katharina auch den Jesuitenorden dem Papst Franziskus angehörte. Ja, wenn Leute sich jetzt fragen, warum verbot der Vatikan den Jesuitenorden? Das ist eine lange und sehr, sehr heikle Geschichte und selbst das französische Königshaus hatte zeitweise hier große Probleme mit den Jesuiten und hat die dann halt irgendwie versucht, da irgendwie wegzudrängen. Ja, das war immer eine ganz, ganz schwierige Nummer. Ich finde Details in meinen Büchern unter shop.recenter.com. Die ukrainische Regierung lehnte eine Stellungnahme ab, doch die Äußerungen des Papstes lösten in den sozialen Medien wütende Reaktionen aus, insbesondere in Ländern in der Nähe von Russland, also natürlich auch in der Ukraine. Hier auf Nexta hieß es zum Beispiel, übrigens haben die Katholiken Polens, Litauens und Weißrusslands dreimal Aufstände gegen dieses aufgeklärte Reich geführt, also die Russen. Papst Franziskus hat das Leid der Ukraine seit der umfassenden Invasion Russlands im Februar 2022 häufig angeprangert, aber er hat darauf verzichtet, Moskau ausdrücklich für den Krieg zu verurteilen, obwohl er andeutete, dass er möglicherweise durch die Erweiterung der NATO im Osten Europas provoziert worden sei. Yikes. 1997 erklärten die Russen vertraglich, keinem anderen Land verbieten zu können, freiwillig der NATO beizutreten, unter der Einschränkung, dass es in Osteuropa keinen nennenswerten Truppen gibt. Bis zur Invasion war Ukraines Militär winzig klein. Russland war abhängig von der ukrainischen rüstungsrelevanten Industrie und benötigte frische Bürger wegen der schlechten Demografie. Dann einen kurzen Blick auf Zar Peter. Peter war fasziniert von moderner Technologie, die man vorwiegend im Ausland fand, denn Russland war wegen den Bauernsklaven der mittelalterlichen Herrschaft sehr rückständig. Er heiratete Yevdokia Lopukhina, gewann vorläufig den schwelenden Konkurrenzkampf zwischen diversen Familien in Russland. Er war ein ziemlicher Säufer, genau wie seine Vertrauten, und er machte das Saufen zur Pflicht, was manche Minister nicht überlebten, weil sie an Organschäden zugrunde gingen. Solange Peter sie unter den Tisch saufen konnte, waren sie nicht in der Lage, sich an komplizierten Verschwörungen zu beteiligen. Das war so der Sinn dahinter. In Großbritannien neigte sich die Ära der katholischen Stewards dem Ende zu. Es erfolgte die Machtübernahme des Hauses von Hannover. Peter unternahm eine damals verzahrend ungewöhnlich weite Reise ins Ausland und trab sich mit Sophia von Hannover, Mutter des späteren Königs George I von England. Peter hatte eine Faszination für die menschliche Anatomie, sah sich begeistert Obduktionen an, zu Hause war er gerne bei Folterungen anwesend, konnte sich in eigens neu eingerichteten Folterkammern ebenfalls die menschliche Anatomie vorführen lassen. Die nach ihm selbst benannte neue Stadt St. Petersburg ließ er von Sklaven unter furchtbaren Bedingungen bauen. Nicht viele Kinder haben dann überlebt von Peter, wahrscheinlich Attentate, Vergiftungen etc. Seinen einzigen Sohn, der es länger machte, seinen Sohn Alexei, verheiratete er mit Charlotte, eine Prinzessin aus dem einflussreichen Welfenfürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel. Das war eine Hochzeit auf Schloss Hartenfels in Thorgau. Ihre Schwester Antoinette heiratete Herzog Ferdinand Albrecht II. brachte den Sohn Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel auf die Welt, der geheimdienstlich betrachtet von erheblicher Bedeutung war. Er war englischer Provinzialgroßmeister des Freimauertums für das Herzogtum Braunschweig, Großmeister aller schottischen Logen zusammen mit dem Prinzen Karl von Hessen und den Herzögen Ernst von Sachsen-Gotha und Karl August von Sachsen-Weimar, Mitglied im bayerischen Illuminatenorden. Zudem war er ein bedeutender Militäroffizier, der mit britischem Geld Hannover und Westdeutschland schützen sollte. King George II. von Großbritannien verliehen für diese Dienste später den Order of the Garter. Der Sekretär von Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel namens Philipp von Westfalen hat eine Enkelin namens Jenny, die die Frau von Karl Marx wurde, Begründer des internationalen kommunistischen Programms, mit dem schließlich die Revolution, also Pseudo-Revolution gegen die Zaren durchgeführt wurde. Sehr interessante Geheimdienstgeschichte, wenn man sie denn rekonstruiert. Also die Welfen bekamen halt mal so einen richtigen Fuß in die Tür von Russland, hat aber noch ein paar Generationen gedauert, bis halt Welfenbettiner Reginare da so richtig drin waren. Ja, also und die Zar Peter der Große überlegte zeitweise seine Tochter mit einem französischen Monarchen zu verheiraten, was bei dem britischen Königshaus und anderen Welfen wohl die Alarmglocken schrillen ließ. Also immer schön vorsichtig sein mit historischen Argumenten, wenn da irgendwelche Sachen da so oberflächlich und selektiv präsentiert werden, um dann für das Heute, für das Hier und Jetzt dann irgendeine Strategie vorzugeben. Da kann man wirklich alles Mögliche mit falsch machen. Ich empfehle Ihnen unsere Masterclass, denke wir ein Geheimdienstler und das neue Handbuch der legitimen Macht finden das unter shop.recentre.com.